Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Cindy Rieger. Ich bin ganzheitlich arbeitende Pferdetherapeutin und Trainerin für Pferd und Reiter. Und ich möchte Ihnen heute unser Seminar das Pferd, das unbekannte Wesen vorstellen. In diesem Seminar geht es darum, Ihnen bestimmte Basics an die Hand zu geben, wie Pferde funktionieren bzw. was für ein Wesen das Pferd überhaupt ist. Thematisch werden wir in diesem Seminar über Anatomie und Bewegungsmöglichkeiten des Pferdes sprechen, über Verhalten und Psychologie, über Fütterung, über die Haltung des Pferdes in Ställen oder auf der Weide und über den Umgang mit dem Pferd. Interessant ist dieses Seminar für alle Pferdebegeisterten und auch für Therapeuten, die ihr Wissen rund ums Pferd vertiefen möchten. Ich selbst bin Pferdebegeistert seit meinem 11. Lebensjahr, habe seit vielen Jahren eigene Pferde und bin mobil unterwegs als osteopathische Pferdetherapeutin und Trainerin für Pferd und Mensch. Ich würde mich sehr freuen, meine Begeisterung über dieses tolle Wesen Pferd mit Ihnen teilen zu können und bis hoffentlich bald in meinem Seminar.